Ventil V8 verschmutzt Die Servicearbeiten dürfen nur durch fachkundige und von Mammut Lift autorisierte Servicepartner durchgeführt werden. Zudem muss das jeweilige Serviceprotokoll beachtet werden. Plattform hebt unter Last nur schwer oder gar nicht aus der Bodenanpassung. Magnetspule an Ventil V8 entfernen Ursache Ventil V8 ist verunreinigt Lösung Neues Ventil V8 einbauen Magnetspule wieder aufsetzen Systemfunktionen testen Versteigerung Versteigerung